In der folgenden Kategorie stellen wir Ihnen unsere Yachten mit vier Kabinen vor. Zu dieser Klasse gehören die Elan 431, Elan 43 und die Vector 401. Diese Yachten werden besonders wegen ihrer sportlichen Segeleigenschaften und Resultate geschätzt. Die legendäre Yacht Elan 43 mit elf Kohen erfreut sich noch immer höchster Beliebtheit in Segelschulen, auf Regatten und Familienturns.